WordRoll Für 80 Cent bekommt man mit WordRoll ein gutes Englischwörterbuch. Das Tool zeigt Übersetzungen für deutsche und englische Vokabeln. Mit einem Klick neben die Eingabeleiste wechselt man die Übersetzungsrichtung. Auch zu einem Wort zugehörige Begriffe listet das Tool auf. Nähere Erläuterungen bekommt man über ein Online-Wörterbuch. Dabei handelt es sich um den Dienst Beolingus, der weitere Lexika bietet.